Na hallo zusammen, mich ist wieder heute Schala und schau euch wieder für euch in Shadowlands on the X. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection-Video präsentieren. Heute soll es nicht direkt um Mounts oder Pets gehen, sondern eher um Pläne. Und dazu bin ich jetzt hier einmal schon in Ceramortis und dort gibt es nämlich eine Protosynthesen-Schmiede. Und mit der Schmiede können wir uns ein paar Mounts herstellen. Es gibt auch unter anderem ein paar Pets. Wir wollen uns aber heute einmal die Mounts angucken. Und dafür brauchen wir erstmal Pläne. Und in dem Video soll es um die kompletten Pläne geben, wo ihr die bekommt und was wir da genau für machen müssen. Als allererstes müsst ihr euch die Schmiede natürlich freischalten, sonst könnt ihr keine Pläne sammeln. Wie machen wir das? Dafür benötigen wir als erstes die Kampagne hier in Ceramortis. Und da müssen wir dann einmal den Kampagnenabschnitt 3 erspielen. Und dann schalten wir hier in der Höhle des Verbanden eine Skill-Konsole frei. Und bei dieser Skilled-Konsole, die Schiffrin-Konsole, können wir verschiedene Sachen skillen. Dafür brauchen wir einmal Schiffrin der Ersten. Die kriegt ihr hier von Rares, Kisten und verschiedensten Dailies und Worldquests. Und wenn ihr genug Schiffrin der Ersten habt, dann könnt ihr eine Geschichte skillen. Und zwar schimpft sich die Verständnis des Sopranesischen. Wenn ihr das geskillt habt, dann könnt ihr an der Synthesenschmiede große Kreaturen erschaffen. Und diese großen Kreaturen sind halt schlichtweg Mounts. Dann habt ihr aber immer noch nicht die Synthesenschmiede freigeschalten. Ihr müsst dann noch einmal ein bisschen questen. Und zwar müsst ihr dann hier, sobald ihr den Skill einmal erforscht habt, in die Hult des Pilgers. Und wenn ihr dort seid, gibt es eine Quest. Ich habe die jetzt schon abgeschlossen. Die Quest schimpft sich Finnetalli. Die wird euch auf der Map auch angezeigt. Das sind dann um die 10, 15 Quests, die alle hier oben in dem Elite-Gebiet spielen. Also könnte vielleicht für Low-Equipten-Schein ein bisschen knackig werden. Das sind aber eigentlich immer relativ viele Leute. Und wenn ihr diese Quest fertig habt, dann spielt ihr bis hier in diese Synthesenschmiede, wo ich mich befinde. Dann könnt ihr aber noch nichts craften. Ihr müsst dann den Tag warten. Und wenn ihr einen Tag gewartet habt, dann gibt es eine weitere Quest. Und zwar schimpft sich die Quest die verlorenen Komponenten. Die gibt es dann auch wieder in dem Lager hier, Hult des Pilgers. Die schickt euch einfach wieder in die Schmiede zurück und dann gibt er das ab und bekommt den ersten Plan. Und könnt dann dementsprechend auch die Schmiede benutzen. Der erste Plan, den kann ich euch gleich mal zeigen. Und zwar, das ist dann einmal der Todesläufer. Also das ist der erste von insgesamt, sind es meine ich 24 Mountpläne, die ihr euch holen könnt. Den bekommt ihr quasi am Anfang gratis. Und ihr bekommt dann auch dementsprechend schon mal die Mats. Und ich würde sagen, wir gucken uns die anderen 23 Pläne an, wo wir die herbekommen. Einen habe ich jetzt hier schon weiter geholt. Und zwar blasser, majestätischer Schervid, würde ich jetzt einfach mal das so aussprechen. Und diesen Plan bekommt ihr über ein Achievement. Das Achievement schimpft sich Schiffrin der Ersten. Und dafür müsst ihr insgesamt 1, 2, 3, 4 Schiffrin der Ersten holen. Was sind das für Schiffrin? Naja, ist relativ easy. Das sind einfach diese Geschichten hier, die müsst ihr komplett ausskillen. Ihr seht, beim Twink habe ich es jetzt noch nicht fertig. Bei meinem Main habe ich es einmal komplett schon fertig geskillt. Und dementsprechend das Achievement erhalten. Das ist keine schwere Sache und ihr kriegt direkt den Bauplan. Bei mir war es tatsächlich direkt drin. Also ich habe den nicht per Post geschickt bekommen. Was ich jetzt auf www.head gelesen habe. Könnte sein, dass das bei euch auch so ist. Also wenn ihr denkt, ich habe das Achievement fertig, ich habe keinen Plan gekriegt. Schaut einfach mal bei der Schmiede vorbei. Könnte sein, dass es bei euch ähnlich gelaufen ist. Und dementsprechend ihr ihn dort bekommen habt. Den nächsten Plan, den wir uns anschauen wollen, den habe ich auch schon im Momentar. Und zwar haben wir hier Bauplan Bronzender Helikid, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und diesen Bauplan, wo kriegen wir den her? Den kriegen wir aus der Weekly Chest. Mittlerweile ist es ja so, dass es wirklich eine Weekly Chest ist, die ihr nur einmal die Woche machen könnt. Wo kriegt ihr die her? Hier im Lager. Ich glaube bei Bolvar sogar gibt es einen Auftrag. Da müsst ihr so einen Balken füllen. Aktivitäten hier im Gebiet erledigen. Und wenn ihr das gemacht habt, kriegt ihr eine Kiste. Da ist dann ein bisschen Gier drin und ein Haufen Ressourcen und Stuff. Und es gibt halt auch eine Chance, dass dementsprechend dieser Plan drin ist. Bei mir war es bei der ersten Kiste drin, als ich die Schmiede gebaut habe. Auf WeWhead habe ich gelesen, es hat aber nur eine kleine Chance, dass sie drin sein kann. Heißt, wenn ihr die Kiste macht, die Schmiede gebaut habt und es nicht drin ist, müsst ihr halt eine Woche warten und es nochmal probieren. Denn ich kann euch zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie hoch die Chance ist. Ich würde sagen, da machen wir jetzt mal die Quest und geben das mal ab. Und dann haben wir jetzt auch den dritten Plan. Jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist hier einmal eine Schnecke. Übrigens zu den ganzen Mounts, wo ihr dann die Materialien farmen könnt, mache ich nochmal eigene Videos. In dem soll es tatsächlich jetzt nur erstmal um die Pläne gehen, wo ihr die bekommen könnt. Zu den Mounts an sich, wo wir dann die Materialien zu farmen, bastle ich dann nochmal einzelne Videos. Dann kommen wir zum nächsten Plan und zwar zum ersten, den wir jetzt quasi auf der Welt einmal sammeln können. Ich befinde mich jetzt hier auf den Koordinaten 67, 40 in einer Höhle drin. Und zwar in die Höhle geht es hier rein. Also hier seht ihr, sind wir bei den Koordinaten 65, 35. Da geht es in die Höhle rein. Und am Ende der Höhle liegt quasi der Bauplan. Jetzt schauen wir uns das mal an. Hier hinten haben wir den Bauplan liegen. Den machen wir jetzt einmal auf. Und das ist der Bauplan Raptora Sturzflieger. Und ihr seht schon, warum ich hier reingestelft bin. Hier ist erstmal so ein Questmob drin und ein Haufen Elite-Mobs. Das ist ein bisschen angenehmer, wenn ihr da eine Stave-Klasse habt. Oder ihr lauft durch, lootet ihn und lauft schnell wieder raus. Weil die Mobs, die brauchen doch ein bisschen zu töten. Also ich laufe jetzt mal aus der Höhle raus. Sonderlich lang ist die nicht. Und hier seht ihr, ist quasi da hinten diese Protoschmiede. Und da können wir einfach einmal reinlaufen. Ich kann zum Glück Shadow melden. Und da ist das alles ein bisschen einfacher. Also hier ist der Höhleneingang. Hinten ganz in der Ecke liegt quasi der Plan. Und das Ding schimpft sich Raptora Sturzflieger. Mal gucken, was das für ein cooles Mount ist. Dann kommen wir jetzt zum Plan Dunkler Wombatter. Und hier befinden wir uns jetzt einmal hier unten bei den Koordinaten 64, 36. Und den Plan, da müssen wir ein bisschen hochjumpen oder einen Goblin-Gleiter nutzen. Je nachdem, was euch lieber ist. Der Plan befindet sich hier oben in dem Käfig drin. Wir müssen quasi auf den Stein raus. Es gibt mehrere Optionen. Wenn dann, ihr geht auf die Pyramide hoch, wo auch schon der andere Plan drin war. Gleitet hier runter. Das habe ich mit einem Twink gemacht. Oder ihr habt halt irgendeine Fähigkeit, wo ihr hier so hochhüpfen könnt. Normaler Sprung wird nicht gehen. Mit dem Drill-Jump komme ich hier halt hoch. Ihr könnt natürlich auch alternativ auf Ventier umskillen. Für viele andere Pläne bräuchte man eh den Ventier. Den werde ich mir jetzt halt dann auch holen. Das macht es dann alles einen Ticken einfacher tatsächlich noch. Also, dann haben wir jetzt einmal den Plan rausgelootet. Dunkler Wombatter. Ich zeige nochmal auf der Map, wo wir genau sind. Wir sind also hier unten bei den Koordinaten 64, 36. Dann kommen wir zum Plan Tarachno-Igenkriecher. Und den bekommen wir hier unten bei den Koordinaten 62, 21. Und zwar haben wir da so ein kleines Gebäude. Da müssen wir reinlaufen. Und ihr seht, ich bin jetzt schon einmal drin. Wir können es mal nochmal aufmachen, dass ihr euch vielleicht einen Ticken orientieren könnt. Also, hier haben wir in der Mitte dieses große Ding. Da haben wir einmal das Gebäude. Und der Plan liegt gleich hier rechts dran. Übrigens, kleine Randinformation. Bei diesen Plänen ist es so, dass die anscheinend andere Spieler weglooten können. Ich kann euch nicht sagen, wie lange die Respawn-Zeit ist. Wenn der bei euch nicht da ist, dann macht das, was ich gemacht habe. Queue euch einfach in irgendeiner Gruppe hier rein, die auch dementsprechend in Ceramortis ist. Dann werdet ihr gefacet und dann ist vielleicht der Plan da. Also, am besten in irgendeiner Rare-Gruppe oder so reinqueuen. Zum Beispiel hier Mother, da ist meistens eine Gruppe offen. Einfach reinqueuen, ein bisschen hoppen und schauen, dass der Plan da ist. Oder ihr wartet halt, wenn ihr nicht hoppen wollt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Also, nochmal hier auf der Map hier unten, quasi in diesem Pyramiden-Gebäude. Dann kommen wir als nächstes zum Bauplan vom gematerten Cerrathirsch. Diesen kriegen wir normalerweise aus einer schlundgebundenen Kiste raus, die wir nur einmal looten können. Und diese befindet sich hier unten auf den Koordinaten 60-30. Wenn ihr, wie ich, die schon einmal gelootet habt, diese Kiste, für dieses Schätze-Achiefen zum Beispiel, dann liegt der Plan einfach hier auf dem Boden, könnt ihr ihn einmal anklicken und den dementsprechend dann auch rauslooten, auch wenn ihr die Kiste schon einmal aufgebraucht habt. Übrigens, auch bei dem Schatz ist es wieder so, dass ihr euch den mit anderen teilt. Sprich, wenn ein anderer den weggelootet hat, dann ist es Rat zum einmal Server zu hoppen, um zu gucken, dass ihr dementsprechend den auf einem anderen Server looten könnt. Dann kommen wir jetzt zum Bauplan Vespiedflatterer. Und den könnt ihr eigentlich über verschiedene Wege erreichen. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Den ersten Weg will ich euch jetzt gleich mal zeigen. Also wir befinden uns jetzt hier unten. Koordinaten sind 50-30. Das Ding liegt aber ein bisschen weiter oben. Ja, ich würde jetzt nicht sagen im Berg, sondern auf so einer Plattform oben. Und da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten hochzukommen. Wenn dann, wir benutzen das Venture-Portal. Das zeige ich euch am Ende nochmal. Oder ihr geht hierher und füllt diesen Balken auf mit kosmischer Energie. Dafür müsst ihr hier solche Mobs töten in der Ebene. Die sind immer in so Lachen drin. Ihr tötet die Mobs quasi in den Lachen. Dann kommen so Kugeln raus. Die sammelt ihr auf. Das dauert ein bisschen, bis ihr die kosmische Energie hier auf 100 hochgesammelt habt. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr einmal hier bei den Koordinaten 50-31 in so ein Gebäude reinlaufen. Und in dem Gebäude können wir dann so ein kleines Flug-Port-System benutzen, um da hochzukommen. Dazu müsst ihr hier oben, ist eine Rune, das ist diese hier, ist oben an der Wand. Die habe ich jetzt schon angeklickt. Die klickt ihr an. Dann könnt ihr einmal hier mit dem Flugding interagieren. Müsst 30 von dieser kosmischen Energie zahlen und könnt euch in einem Raum nach oben porten. Wenn ihr hier oben seid, dann müsst ihr die nächste Rune, die habe ich jetzt in dem Fall noch nicht angeklickt, an der Wand anklicken und könnt euch bei dem Flugding zum nächsten Teil weiter porten. Hier hin. Und das ist halt so ein kleines Port-System. So, jetzt sind wir hier oben. Und wenn wir jetzt hier oben sind, wollen wir ja hier rüber zu dem anderen Ding. Und dazu gehen wir jetzt einfach hier hinten rum. Dann einmal hier hoch. Und dann seht ihr, hier hinten liegt das Teil drin. Also da wollen wir hoch. Ihr könnt jetzt natürlich, wenn ihr Venture seid, auch einfach euch dieses Mob-Gekille sparen und zweimal den Venture-Port benutzen. Also hier unten ist die untere Ebene, dann ist es wahrscheinlich einmal hier hoch und dann hier hoch mit dem Venture-Port. Das geht wahrscheinlich auch. Dann könnt ihr euch das Rumgeporte sparen. Ich wollte euch jetzt mal beide Methoden zeigen. Falls ihr jetzt hier gerade nicht Venture-Geskillt seid und nicht wieder zurücklaufen wollt in die Hauptstadt und das ändern, könnt ihr halt auch über diesen anderen Port hier hochbekommen. Wo haben wir es jetzt? Jetzt haben wir hier einmal Vespiten-Flatterer. Genau, das ist das Rezept. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also hier oben ist es drauf. 5026. Dann kommen wir zum Plan Bronzeflügel-Vespit. Und das befindet sich jetzt hier auf den Koordinaten 5031. Da waren wir schon mal für einen anderen Plan drin. Ich habe bloß vercheckt, dass hier noch einer in der Höhle ist. Und da müssen wir einfach in die Höhle reinlaufen und können den einfach in so einem kleinen Kasten, würde ich jetzt mal das betiteln, rausluten. Sieht man relativ schlecht. Muss man fast wissen, dass das da drin liegt. Also müssen halt hier rechts hoch. Und dann seht ihr, hier drin ist dann einfach das Rezept drin. Also mehr ist es nicht. Wenn wir jetzt hier die Map aufmachen, also ihr kommt hier rein, lauft hier hoch und dann haben wir hier das Ding drin. In der Minimap ist es halt auf 4839. Machen wir die große. Also quasi da ist dann der Eingang rein und dann könnt ihr dementsprechend das Teil hier rausluten. Dann kommen wir zum Bauplan Scharlachroter-Hellig-Kitt. Und diesen haben wir jetzt ein bisschen weiter oben. Ich zeige es mal, wo wir auf der Karte sind. Wir sind hier oben einmal auf den Koordinaten 47, 9. Und dann habt ihr ja hier dieses, ja, pyramidenförmige Torgebilde. Und da müsst ihr ganz nur oben rauf. Und ihr seht hier in der Ecke drin liegt das Teil. Wie kommt ihr hier hoch? Hier unten müsst ihr einmal quasi hier raufspringen, auf diese Kante und dann hier hochlaufen. Ich habe es jetzt mit einem Druid-Sprung gemacht. Wahrscheinlich geht es auch, wenn ihr aufgemauertet seid, mit einem normalen Sprung. Sonst, wenn ihr gar nicht hochkommt, dann ist euer Freund das Schattentor vom Ventier. Und damit kommt ihr auf jeden Fall hoch. Und dann quasi einfach hier ganz nach oben hatschen und die Rolle liegt dann hier an der Seite drin. Wie gesagt, kann halt auch wieder sein, dass jemand weggelootet hat. Dann heißt es wieder für euch, Server hoppen. Und nochmal für euch die Map. Also hier oben auf dem Tor, ganz oben drin, dann auf der linken Seite. Dann kommen wir zum Bauplan Genesis-Krabbler. Und dieser befindet sich jetzt wieder auf so einem pyramidenförmigen Gebäude drauf. Und wir sind jetzt einmal hier oben auf den Koordinaten 31, 50. Und hier kommen wir relativ simpel hoch. Also da könnt ihr einfach hier vom Boden hochhatschen. Und dann haben wir hier in der Ecke den Bauplan drin. Also nochmal zu zeigen, hier ist dieses Gebäude, da könnt ihr dann einfach hochlaufen. Und in der Ecke ist der Bauplan drin. Ich laufe jetzt mal noch ein bisschen hier rüber. Und da seht ihr, wir sind quasi, wenn ihr jetzt hier hochlauft, auf der rechten Seite. Uh, jetzt muss ich schnell sein. Der eine hat das geplündert. Man hat dann immer nur so in etwa eine Minute, um den Plan zu plündern, sonst verschwindet er. Und man muss dann halt wieder hoppen oder quasi warten, bis er nachspawnt. Dann kommen wir zum Plan Geschmückter Wombat. Und den haben wir jetzt ein bisschen weiter oben drauf. Und zwar hier auf dem Berg bei den Koordinaten 36, 78. Und der ist normalerweise in einer Kiste drin. Und diese Kiste, die kann man erst looten, wenn man hier diese ganzen Viecher gestreichelt hat. Ne, die muss man irgendwie so befrieden. Die rennen hier wie wild rum. Und dann muss man quasi auf sie draufklicken, befrieden. Und wenn man alle befriedet hat, dann kann man das looten. Ich habe schon da das einmal aufgenommen gehabt. als ich diese Schätze gemacht habe. Ich blende euch das einfach nochmal ein, falls ihr den Schatz noch nicht gemacht habt und nicht wisst, wie ihr das mit dem Befrieden hier macht beziehungsweise wie ihr ohne Flugmount hier hochkommt. Dann zeige ich das euch einfach nochmal. Und ja, wenn ihr quasi das schon gemacht habt, könnt ihr das einfach durchskippen. Dann kennt ihr das ja sowieso schon. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar schimpft sich das dankbares Geschenk. Ich starte jetzt hier auf den Koordinaten 40, 75. Wenn ihr fliegen könnt, dann könnt ihr da einfach hinfliegen. In dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, kann man noch nicht fliegen. Und dementsprechend müssen wir da jetzt mit dem Tor uns einmal ein bisschen hochporten. Und zwar bin ich jetzt hier auf diesem Dach drauf. Ihr seht, also da kann man einfach hochlaufen, auf das Dach hier rauf. Und jetzt werden wir einfach das Venture-Port-Ding nehmen und einfach versuchen, da möglichst hochzukommen. Also jetzt gehen wir mal hier auf das Plateau hoch. Und dann schauen wir mal, wie weit können wir uns porten. Ne, das sieht schlecht aus. Da kommen wir nicht hoch. Vielleicht kommen wir da hinten. Ne, sieht auch schlecht aus. Also werden wir uns hier hochporten. Ich glaube, da muss dann jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg auch finden. Äh, äh. Da kommen wir auch nicht hin. Ja, ich glaube, wir müssen kleine Steps machen. Dann werde ich mich erst mal da hochporten und dann werden wir halt wahrscheinlich ein paar mehr Ports brauchen. Also jetzt sind wir auf der Ebene. Ich denke mal, in der Minute kann ich mich dann quasi hier hochporten. So, die Abklingzeit ist wieder runter. Jetzt gucke ich mal, wenn ich jetzt ganz an die Wand dran laufe, kann ich mich hier hochporten. Das sieht schon mal gut aus. Hier komme ich auch hoch. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt bald schon relativ weit oben am Berg. Uh, der Cooldown ist wieder runter. Dann porten wir uns noch ein Stück weiter hoch im Berg. Schauen wir mal, irgendwo da hoch. Schauen wir mal, ob wir von hier aus noch irgendwo rüber können. Äh, das sieht schon gut aus. Ich glaube, irgendwo da hinten müsste der Schatz sein. Ja, ich meine, ich muss da rüber. Genau. So, das waren jetzt eigentlich nur drei oder vier Ports, ne, maximal. Jetzt sind wir hier oben und jetzt müssen wir so Typen befrieden. Und zwar hier mein Add-on, das ist übrigens Handy, No Shadowlands. Das sagt mir auch schon, dass wir dementsprechend zwölf von den Kreaturen besänftigen müssen, nicht befrieden, besänftigen. Sprich, wir können sie einfach anklicken. Und dann kommt hier einmal dieses Streicheln-Ding. Außer Reichweite, perfekt. Er ist einfach weggelaufen. Bleibt doch da, ich will die nur nur streicheln. Okay. Ich streichel die mal und dann sehen wir uns wieder, sobald die Kiste kommt. So, also ich war jetzt zwar ein bisschen tricky, aber ich habe die ganzen aufgebrachten jetzt hier so ein bisschen beruhigt. Einmal gestreichelt und den letzten, der ist hier oben auf dem Ball, da habe ich jetzt einfach nochmal den Schattentor hoch benutzt. Dann können wir den auch nochmal streicheln und dann müsste ich alle zwölf Stück haben. Okay, und jetzt müssen wir, glaube ich, mit dem Typen hier quatschen, oder? Oder mir fehlt noch einer. Schauen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Irgendeiner fehlt mir. Ich muss nur einen suchen. Gucken wir mal. So, den letzten haben wir auch gefunden und zwar hier ist die Kugel, seht ihr, und da ist dieses Plateau mit den Mobs und hier oben, da hampelt auch noch einer rum. Den habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen gehabt. Also den müssen wir uns anscheinend auch noch besorgen. Boah, der wird auch noch gestreichelt. Ich hoffe, der läuft jetzt nicht weg. Bleibt da! Oh nein. Also das hier ist echt ein bisschen nervig, dass die Viecher mal anfangen wegzulaufen. Na komm, ich krieg dich. So, perfekt. Okay, jetzt müssten wir alle zwölf haben. Ah, man muss nicht mit ihm quatschen, man kriegt hier einfach direkt die Kiste und damit haben wir dann auch das nächste fertig und können dann einmal nochmal weiter. Dann kommen wir zum Plan Herzgebundener Lupin und dieser Plan und dieser Plan kann einmal von einem Quest-Mob, würde ich jetzt mal sagen, droppen. Also der hat hier so ein Quest-Symbol drauf. Wo sind wir? Wir befinden uns einmal hier in einer Höhle. Der Eingang ist hier vorne bei den Koordinaten 52-63. Einfach reingehen und dort haben wir dann den Kollegen drin. Der hat nur eine Chance, das zu droppen. Ich habe den jetzt 21 Mal mit meinem Main umgehauen, bis der Bauplan gedroppt ist. Beim Twink waren es 15 Mal. Der spawnt relativ schnell wieder. Also, weiß ich nicht, eine Minute respawn, würde ich jetzt mal sagen, 30 Sekunden, irgendwie sowas. Zwischendrin kann man auch Server hoppen, so habe ich es jetzt gemacht. Ich bin quasi hier reingelaufen, umgehauen, Server gehoppt über wieder irgendwelche Rare-Gruppen und den so lange gekillt, bis er quasi das Rezept rausgedrückt hat. Wie gesagt, 21 Tries waren es jetzt bei mir. Wie die Drop-Chance genau ist, kann ich euch nicht sagen. Ein paar Mal müsst ihr wahrscheinlich schon umklatschen. Also, hier seht ihr, die Höhle ist nicht sonderlich groß. Hier unten sind wir einmal rein. 51, 62. Dann kommen wir zum Bauplan Hüpfer-Prototyp und der ist relativ weit oben. Wir sind nämlich jetzt hier ganz, ganz weit oben auf dem Berg bei den Koordinaten 66, 69. Das Ding ist normalerweise in einem Schatz drin. Diesen Schatz habe ich schon aufgemacht, bevor ich dementsprechend hier diese Synthesen-Schmiede freigeschalten habe und wenn ihr das auch gemacht habt, dann liegt er einfach hier oben auf dem Berg drauf. Wenn ihr den Schatz noch nicht geholt habt und nicht genau wisst, wie ihr hier hochkommt, ich bin jetzt einmal mit dem Venture-Portal, habe ich mich über fünf, sechs Mal hier hochgeportet, also einfach von hier unten hier hochgeportet. Ich werde euch jetzt aber auch nochmal die Geschichte reinschneiden, wie ich hier hochgekommen bin, wo ich das erste Mal die Kiste aufgemacht habe und das war einfach über eine World-Quest, wo man so einen Frosch hüpfen hat. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar wollen wir uns jetzt hier eine Kiste holen, die auf dem Berg oben ist. Vergessenes Protoarchiv schimpft sich das und dafür brauchen wir aber eine bestimmte World-Quest und die World-Quest heißt Verfroscht. Die ist bei mir auch gerade ab. Da kann man dann hier unten, wo man Hunter steht, auf so einen Frosch draufklicken. Der springt dann direkt hier auf diese Bergspitze oder auf dieses Plateau halt hoch und sobald ihr hier oben seid, müsst ihr eigentlich diese, ich würde jetzt mal sagen, Eier oder was das sind, kaputt machen. Wir wollen jetzt aber hier auf diesen Berg hoch, um dementsprechend einmal uns die Kiste holen zu können. Da können wir einfach dann hier so ein bisschen hochhüpfen und mit Fähigkeit 1 quasi ein bisschen springen und mit der Fähigkeit 3 können wir einfach komplett nach oben und ihr seht, hier ist auch schon die Kiste. Schauen wir mal, ob ich schnell genug bin. Ja. Dann müsst ihr einmal hier aussteigen. aus dem Ding. Also ich zeige euch nochmal, wo wir jetzt sind. Da unten irgendwo kann man auf den Frosch draufklicken. Der hopst euch direkt hier hoch und dann könnt ihr eigentlich relativ schnell hier auf den Berg rauf, wo ich jetzt gerade bin und da ist dann einfach diese Kiste drauf. Übrigens, wenn ihr das Mountcraft noch nicht freigeschalten habt, wie es bei mir jetzt in dem Fall auch der Fall ist, dann spawnt hier oder ist in der Kiste kein Plan drin. Wenn ihr das dann freigeschalten habt, könnt ihr hier nochmal herkommen, dann liegt der Plan daneben und dann könnt ihr euch den ganz normal looten. Also ihr kriegt den dann trotzdem. Müsst dann halt zweimal her. Gut, muss ich dann morgen oder die Tage halt nochmal hier herangucken. Dann kommen wir zum Bauplan Wüstenschwingerjäger und das ist jetzt wieder ein bisschen tricky. Wir befinden uns einmal hier hinten bei den Koordinaten 62, 43 und da bin ich jetzt einmal hier hochgelaufen zu dem Plateau und dann hier rübergesprungen, ne, auf so einen, ja, kleinen Vorsprung, wie ihr seht. Also da unten kommt man hoch, hier ist das Plateau, da bin ich rübergesprungen und jetzt müssen wir einmal hier nach oben und da werden wir jetzt mal probieren, ein bisschen mit dem Ventureport hoch. Wenn ihr quasi die Aufnahme ein bisschen später guckt und fliegen könnt, dann wird das wahrscheinlich überhaupt kein Problem mehr sein für euch, aber ich muss mir jetzt einmal mit dem Ventureport am besten hochporten und da müssen wir mal gucken. Ich habe auch noch eine andere Möglichkeit und zwar, ich habe noch diese Handschuhe, wo wir uns auch nochmal vielleicht ein bisschen porten können. Jetzt gucke ich mal, ob ich da hochkomme. Okay, da sind wir nicht in Sicht, oder? Ah, da seht ihr das? Ah, da oben haben wir das Ding, ne? Also da müssen wir dann einmal hoch und dann können wir das Ding looten. So, ich habe mich jetzt mit dem Ventureport nochmal eine Etage höher geportet und ihr seht, das geht alles. Wenn ihr hier nicht rüberspringen könnt, könnt ihr Ventureport 1 machen, dann quasi auf den Vorsprung 2, 3, 4 und dann seid ihr einmal oben oder ihr wartet ab, bis ihr fliegen könnt und flattert einfach hoch und spart euch das Ganze, ne? Das könnt ihr natürlich auch machen. Dann haben wir jetzt einmal den Plan eingetütet. Dann kommen wir zum Bauplan Goldplattenbufonit und diesen kriegen wir, wer hätte es gedacht, von den Bufoniten. Wir sind einmal hier oben bei den Koordinaten 80, 46 und dort haben wir Frösche und zwar sind die Frösche einmal, hier sind 3, da sind 3 und hier oben sind nochmal 2. Ich habe mich jetzt zu entschieden, hier die zu farmen, da sind nämlich die 3 und dann einfach zu hoppen, ne? Also ihr seht, hier beschleunigt der Bufonit, 1, 2, 3 und ja, weiß ich nicht, die Spawn so 3, 4 Minuten brauchen, die würde ich jetzt mal sagen. Ich habe es so gemacht, ich ziehe die zusammen, cleave die weg, ich habe die Vögel hier auch noch mitgenommen, wenn wir schon dabei sind, die droppen dann nämlich noch so Ressourcen, die wir später fürs Mountcraften brauchen, also die könnt ihr dann auch mitziehen und ich habe jetzt die Frösche insgesamt 69 mal getötet, bis mein Rezept gedroppt ist, also sprich, ein bisschen dauert das Ganze tatsächlich schon und ja, dann haben wir das nächste Rezept auch fertig. Dann kommen wir zum nächsten Plan und zwar zum unergründlichen Krabblerplan und den kriegen wir von einer Spinne und dafür müssen wir aber ein, zwei Sachen machen und zwar, wir müssen einmal hier in die Höhle des Verbanden, also die dürftet ihr denke ich mal kennen, aber nicht leben, sondern wir müssen uns vorher umbringen, ich habe einfach ein paar Viecher nicht gekillt, sondern zusammengepult mich umbringen lassen und dann müsst ihr einmal hier in die Höhle rein und wenn ihr dann da drin seid, als Geist, dann seht ihr hier diese Riesenspinne und die könnt ihr einmal anquatschen und wenn ihr die angequatscht habt, kriegt ihr einmal den Bauplan, Bauplan unergründlicher Krabbler. Dann kommen wir zum Bauplan geschmiedeter Tückenflügler und den haben wir jetzt einmal hier auf den Koordinaten 53-25 und den können wir hier hinten sehen, das ist relativ klein, unten einmal rauslooten und damit sind wir auch mit dem Plan fertig. Dann kommen wir einmal zum Bauplan Serenade und die haben wir im Raid drin, Mausoleum der Ersten und da müsst ihr hier quasi einmal auf diese Insel in den Raid rein und wenn ihr im Raid drin seid, kommt ihr hier raus und das ist gleich im ersten Raum. Wenn ihr eine Stealth-Klasse habt oder schnell seid, könnt ihr einfach hier runterlaufen, hier hin und dann seht ihr, bin ich hier runter gesprungen, hier von der Brücke und hier unten sind eigentlich nur freundliche Mobs und dann könnt ihr unter diesem Pottich da, hier hinten bei den Koordinaten 26, 49 das Teil unten einer Kette looten. Also quasi hier einfach in der Kette das Ding hier anklicken, dann haben wir den Bauplan drin und damit haben wir dann wieder einen mehr. Dann kommen wir zum Plan Neugieriger Kristallschnüffler und das ist ebenfalls im Raid-Mausoleum der Ersten und dafür müssen wir einmal, nachdem wir hier am Start waren, nach unten, also das rechte Portal quasi nehmen, die ganzen Bosse besiegen, auch den dritten hier und dann haben wir, wenn der Boss tot ist, quasi diese drei Räume, wo der sich befindet und im zweiten von den Räumen, wo der letzte Boss drin ist, haben wir einmal hier auf den Koordinaten 63, 52 das Ding hier an dem Pillar dran liegen, das können wir dann einmal hier aufmachen und dann haben wir hier einmal den Bauplan. Ich gehe jetzt mal nochmal ein bisschen raus, dass ihr es besser seht. Also wir haben in dem Raum quasi, da kommen wir her, da geht es dann in den letzten Raum weiter und hier haben wir drei Gebäude, eins, zwei, drei und bei dem mittleren Gebäude, da ist es quasi in der Seite dran, also hier, wo mein Hunter jetzt auch steht. Das könnt ihr auch im LFR farmen oder in jeder anderen Schwierigkeitsstufe. Dann kommen wir zum Plan schlundadaptierter Raptora und den bekommen wir jetzt von hier Mobs und zwar befinden wir uns jetzt hier unten bei den Elite-Mobs auf den Koordinaten 64, 24 und der Plan hat eine relativ niedrige Chance um die ein Prozent rum von den krassen Elite-Mobs hier zu spawnen und das sind insgesamt fünf, die hier rumrennen, die schimpfen sich schlundgebundener Hulk oder Morsworn Morsworn Hulk oder schlundgebundener Kolossorum, genau und die macht ihr am besten in der Gruppe, weil die doch relativ viel Leben haben, fast 600.000. Ich kann euch jetzt mal zeigen, wo die rumhängen. Also wir haben hier in dem Kreis rennen eigentlich zwei rum, dann haben wir hier einen, hier einen, hier einen und einer läuft immer hoch und runter, ne? Also eins, zwei, drei, vier, fünf. Wenn es gut läuft, dann kann man eigentlich immer zwei zusammenziehen. Ich habe meistens den hier, der hier rumläuft, mit dem anderen zusammengezogen. Also dann solltet ihr halt eine Gruppe und einen Tank haben, wenn, die hauen nämlich schon ganz gut raus. Dann den hier hinten mit dem hier und meistens läuft hier halt noch einer rum, den kann man dann einzeln machen oder man zieht den hier noch irgendwie mit rein, je nachdem, wo er gerade ist. Ich habe jetzt insgesamt, jetzt gucken wir mal, wie viele ich gekillt habe, 171 plus die sieben Particles haben wir 178. Das hat schon eine Weile gedauert, die haben relativ viel Leben und wenn ihr da eine Gruppe suchen wollt, meistens gibt er dann halt am besten den englischen Namen ein. Hulk und dann seht ihr, hier ist eine Gruppe drin, Morse von Hulk, ne? Und da könnt ihr dann das Rezept einmal farmen. Als kleine Randinformation, wie ihr vielleicht noch ein bisschen besser gegen die Elite-Mops ankommt, ich habe die auch teilweise ein bisschen solo gefarmt, was Sinn macht, dass ihr euch diese Buffs holt, die man von der Konsole hier holen kann in den drei Hubs, ne? Da kann man ja gegen diese Poco-Poco-Energie so Steinchen holen, die man sich unter anderem auch in den Kopf reinsockeln kann. Was sehr, sehr viel Sinn macht, ist dieses Toxitalisch. Das macht prozentualen Schaden und haut ziemlich raus. Ihr seht, alle fünf Sekunden macht man sechs Prozent vom maximalen Leben bei den Mobs in Schaden, beziehungsweise bei Elite-Gegen sind es nur zwei Prozent, aber da die 600k Leben haben, sind halt zwei Prozent auch relativ viel Damage. Und dann kann man sich hier noch andere Buffs holen bei der Konsole, die man sich so buffen kann und damit kann man schon das eine oder andere rausholen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man die hier farmt. Die Buffs bleiben sogar auch drauf, wenn man tot ist. Also ich ziehe da manchmal meinen zweiten Account, meinen Hunter noch mit und der ript halt hier das eine oder andere Mal und das ist ganz praktisch. Dann kann man sich die noch draufhauen und beim Tod bleiben die tatsächlich. Dann kommen wir zum Bauplan Summ und diesen Bauplan können wir aus einer Kiste bekommen. Unter die Kiste schimpft sich Brei bedecktes Relikt. Da gibt es verschiedene Spawn-Punkte und zwar habe ich euch das jetzt schon einmal rausgesucht. Hier auf Ceramortus mit Handynotes kann man sich die anzeigen lassen. Die Kiste kann einmal hier unten spawnen bei den Koordinaten 52, 45 dann hier oben bei den Koordinaten 64, 63 dann wo ich das eben gekriegt habe 41, 34 und dann haben wir hier noch einen Spot bei 53, 25 beziehungsweise ich habe ich noch einen vergessen 50, 41. Und was ist das für eine Kiste? Das läuft so, man klickt da irgendwie so einen Kokon an der leuchtet so ein bisschen lila dann kommen so Fliegen raus würde ich jetzt mal sagen oder halt so Flugviecher Wespen sind das die killt man dann dann kann man den Kokon nochmal einklicken kommen nochmal Wespen raus die killt man dann Kokon nochmal einklicken nochmal Wespen das macht man so lange bis eine kleine Truhe spawnt man muss dann immer ein bisschen gucken in der Umgebung da spawnen dann immer diese Kokon-Dinger ich sage mal so das ist eher eine ätzende Kiste aber da gibt es dann halt den Bauplan raus und das ist kein 100%iger Drop ich habe es gestern bei meinem Hunter bekommen und heute habe ich die Kiste nochmal aufgemacht und habe es bei meinem Main einmal jetzt rausgezogen ich bin mir nicht sicher ob man die nicht nur einmal am Tag machen kann ich habe die gestern glaube ich x-mal abgesucht die Spawnpunkte und ich konnte die tatsächlich nur einmal finden alle anderen Kisten spawnen irgendwie die ganze Zeit nach ich vermute mal dass es eine einmal pro Tag Geschichte ist ich weiß es aber nicht 100%ig genau ich habe es jetzt zweimal aufgemacht und einmal mit Twink rausgekriegt einmal mit Main also die Drop-Chance wird schon anscheinend nicht so schlecht sein dann kommen wir zum Bauplan gescheiterter Flit-zu-Boden-Prototyp und der ist jetzt ein bisschen tricky zu bekommen ihr müsst ein paar Voraussetzungen haben ich habe ihn jetzt einmal mit dem Twink schon geholt den gibt es nämlich hier in so einem verschlossenen Special-Raum wo wir uns hinporten müssen und um das kriegen zu können brauchen wir einmal eine Skillung die wir freischalten und zwar in unserer Firmen-Skill-Konsole müsst ihr einmal freischalten Verständnis des Althesischen wenn ihr das gemacht habt braucht ihr noch eine weitere Voraussetzung und zwar ihr müsst einmal das Kapitel 6 von 7 gespielt haben und das ist nämlich das Kapitel wo wir uns hier oben so ein bisschen rumporten müssen da portet ihr euch dann immer die verschiedenen Ebenen hoch mit diesem Port-System das dürftet ihr an der Stelle schon kennen und jetzt ist es so ihr habt diese kompletten Ports hier hoch ihr könnt aber jetzt auch an der Stelle schon fliegen wenn ihr das Kapitel 6 abgeschlossen habt und dementsprechend nochmal dieses Extra-Achievement gemacht habt dazu habe ich auch schon ein Guide-Video gemacht falls euch das Fliegen noch fehlt sobald ihr das habt könnt ihr hier oben habt ihr dann die Quest gemacht also wir sind jetzt auf den Koordinaten 47,33 und hinter diesem Gebäude ist nochmal eine extra Rune die wir anklicken können und zwar seht ihr hier ist noch eine extra Rune die klicken wir an und wir haben einen neuen Ort gelernt es ist nämlich so dass wir insgesamt zwei Port-Systeme haben die wir hier nutzen können ein normales Port-System da haben wir diese 5, 6, 7 Ports die man dementsprechend kriegt für die Quest und dann gibt es noch ein extra Port-System wo wir dementsprechend über zusätzliche Rune nochmal freischalten können wichtig ist jetzt dass ihr euch ein bisschen Energie besorgt und zwar wir brauchen 60 Energie und das holt ihr ja wie ihr wahrscheinlich schon wisst wenn ihr diese Quest gemacht habt indem ihr in diesen Lachen steht und dann dementsprechend Mobs umhaut und hier so ein bisschen das Zeug hochsteckt also 60 reichen eigentlich den hauen wir jetzt noch um und ja jetzt haben wir einmal die Skillung Verständnis des Althesischen wir haben die Kampagne auf 6 von 7 erledigt und wir haben da hinten die Rune einmal gelootet so jetzt fliegen wir runter zum Eingang hier also ich zeige es nochmal hier Koordinaten 5031 wo wir unser Port-System drin haben und jetzt ist es so dass ihr hier einmal den Port habt ihr seht da sind diese ganzen Dinger die wir für die Quest schon freigeschalten haben wir porten uns jetzt in das interne Locus-Ding rein und wenn wir da sind nehmen wir nicht den normalen Port sondern wir haben jetzt hinten einen Special-Port und der bringt uns in einem Extra-Port-System ich habe jetzt hier schon zwei Räume freigeschalten soweit ich weiß gibt es glaube ich vier Special-Räume und wir wollen jetzt einmal hier in das gewölbte Al-Kurven-Dings rein und da porten wir uns einmal hin da brauchen wir nämlich dann auch nochmal 30 Energie und dann sind wir da wo mein Hunter ist und hier ist es jetzt so dass wir ein kleines Minigame spielen müssen wir haben nämlich hier hinten eine Schnecke liegen und mit dieser Schnecke können wir dann interagieren und jetzt ist es so dass wir ähm so goldene Portale haben oder ja so goldene Kreiseportale sind es keine und da müssen wir hin die Schnecke ist relativ langsam die hat hier so ein Special-Spell da wird sie dann schneller mit beziehungsweise schießt sich in eine Richtung ich habe es jetzt ehrlicherweise so gemacht dass ich den gar nicht eingesetzt habe ähm schlichtweg weil man sollte glaube ich an diese Sandhaufen nicht rankommen wenn man an die Sandhaufen rankommt kriegt man den Minus-Buff und wir wollen aber den Plus-Buff uns hochstecken heißt wir ähm schauen jetzt halt mit der Schnecke dass wir von einem von den goldenen Kreisen zum nächsten kommen ohne diese Sandhaufen zu berühren wenn ihr eine ja eine längere Linie geradeaus habt wo ihr quasi ähm langchargen könnt ja ohne dass ihr einen Sandhaufen berührt dann könnt ihr auch die Special-Fähigkeit einsetzen sicherheitsweise würde ich es einfach lassen ihr könnt dieses auch mehrmals machen ich habe es glaube ich einmal mit einem Twing verkackt also ihr könnt da immer wieder einsteigen also da ist nicht das Problem aber so kommt er glaube ich schneller ans Ziel so dann tun wir jetzt hier nochmal rummanifrieren beim Twing hatte ich es bei 5 Stacks fertig und ihr seht jetzt haben wir 5 Stacks jetzt ist hier einmal ein Schatz aufgetaucht wir können aus dem Schnecke rausgehen hier hinten das Ding einfach looten den Bauplan aufmachen und damit haben wir den dann auch eingetütet hier haben wir ihn einmal und ja damit sind wir auch mit diesem Bauplan einmal fertig wie gesagt ich fasse es nochmal zusammen ihr braucht die Kampagne auf Stufe 6 ihr braucht einmal dieses Verständnis des Alte Lesischen und dann könnt ihr erst diese Rune looten vorher könnt ihr das nicht machen also wenn ihr jetzt mit dem ganzen Port System hier keine Ahnung habt in der Kampagne wird euch das erklärt deswegen habe ich das jetzt hier nicht extra erklärt weil ihr braucht sowieso erst die Kampagne gut dann würde ich sagen schauen wir weiter dann kommen wir jetzt noch zum letzten Bauplan und zwar der Bauplan des rostroten Bufoniz und wo wir den herbekommen will ich euch jetzt mal zeigen ich habe ihn leider selber noch nicht geholt denn wir kriegen den einmal aus der Paragon Kiste raus die Paragon Kiste schimpft sich Truhe des Erleuchteten Mittlers und das ist die Paragon Kiste von unserer Zonen Fraktion und zwar die Erleuchteten hier ist es so dass ihr dementsprechend um sie freischalten zu können erst mal auf den Erfügtigen Ruf kommen müsst dann nochmal 10.000 extra Ruf farmt und dann erhaltet ihr eine von diesen Kisten ich vermute mal die Drop Chance wird nicht 100% sein sprich man muss ein paar mehr von den Kisten aufmachen und dementsprechend ist das eher noch so ein langfristiges Ziel um erst mal quasi auf den Ruf zu kommen das waren dann tatsächlich auch alle 24 Pläne die man sich holen kann ich hoffe dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen weiterhelfen ich werde auch nochmal einzelne Mount Guides zu den Mounts aufnehmen wo ich dann nochmal zeige zwar wo ich die Pläne kriege aber natürlich auch wo es dann die ganzen Mats gibt einige sind ein bisschen specialiger von den Mats und dementsprechend kann es vielleicht auch dem einen oder anderen noch helfen diese zu kriegen sprich wenn ihr da auch noch Interesse habt könnt ihr gerne wenn ihr es noch nicht getan habt meinen Kanal abonnieren und sonst sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder euer Tela bis zum nächsten Mal ciao